Willkommen zu einem kleinen Informationsvideo und zwar werde ich heute ab 12.30 Uhr Resident Evil 5 streamen, also weiterspielen sozusagen. Ich weiß, es ist immer sehr kurzfristig, aber es geht momentan nicht anders. Aufgrund von gesundheitlichen und psychischen Problemen bin ich gerade sehr viel beim Arzt, eigentlich fast jeden Tag. Außer am Wochenende, weil da haben ja die Ärzte nicht offen und da habe ich dann auch manchmal Termine mit der Familie und aufgrund dessen ist es halt immer sehr schwierig. Aber das tut sich vielleicht bald besser, wer weiß. Auf jeden Fall freue ich mich trotzdem auf euer Erscheinen. Solltet ihr nicht da sein, der Part ist ja wie gesagt immer verfügbar, könnt ihr ja nachschauen. Und ich wollte halt einfach zocken und deswegen dachte ich, komm, wenn ich jetzt zocke, dann gehe ich eh live und ich hab Bock drauf. Okay, gut, dann freue ich mich auf euch und dann würde ich sagen, ciao, ciao. Und ich hoffe, ich liebe euch. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.